Dirk Bach Der Schauspieler, Moderator, Hörbuch und Synchronsprecher zählte im deutschen Fernsehen, wie auch auf der Bühne, zu den populärsten Komödianten. Nach ersten Erfahrungen auf Studentenbühnen, die ihn auch nach London, New York und Wien führten, wurde er ab 1992 festes Ensemble-Mitglied des Kölner Schauspielhauses. In dieser Zeit lernte er die Komikerin Hella von Sinnen kennen, mit der er sich in Köln eine Wohnung teilte. Einem großen TV-Publikum wurde er durch die Dirk Bach-Show auf RTL sowie der ZDF-Serie Lukas bekannt. Ab 2004 moderierte er mit Sonja Zieglo die RTL-Reality-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Auch an Kinoproduktionen wie Kein Paden mit Happe Kerkeling war er beteiligt. Zu seinen Auszeichnungen zählen 1996 Telestar, 1999 Deutsche Comedypreis und 2001 die Goldene Kamera. Für seinen sozialen Einsatz erhielt er 2000 den Humaniary Award. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017